Musik Das Schwänzchen besteht aus wenig Hahnhechelfiebern, V-förmig eingebunden. Die kleine Verdickung am hinteren Körperende dient zum besseren Trennen der beiden Fieberbüschel und gleichzeitig fängt dieses Muster dank dem gelben Abschluss ausgezeichnet. Den Körper binde ich mit Siel-Natur-Dubbing und der Flügel besteht aus zwei CDC-Federn Natur. Die beiden Kielenden binde ich zum Stützen auf dem Wasser, seitlich neben den Körper. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020